In diesem Tutorial laden wir zunächst die gesamte benötigte Software von GitHub herunter und installieren sie dann nach und nach. Überprüfen Sie die Hardware-Anforderungen und stellen Sie sicher, dass Ihr Computer dafür geeignet ist. In jedem Browser, in einer Suchmaschine. Schreiben Sie GitHub PrismCore. Sie können auf den Link klicken und zu dieser Registerkarte wechseln oder einen Google-Suchlink. Auswahl von PrismCore auf GitHub. Dieser Link befindet sich unter allen Pritzen-Videos. Klicken Sie darauf. Wir sind auf das GitHub PrismCore Repository umgezogen. Hier finden Sie alle Links von den Pritzen-Blockchain-Entwicklern. Klicken Sie auf den Link, um PritzenCore auf Windows herunterzuladen. Sie wählen Ihr Betriebssystem aus. Das System fragt, wohin der Download erfolgen soll. Wählen Sie Desktop. Klicken Sie auf Speichern. Sofort. Ein Pritzen-Symbol erscheint auf dem Desktop. Um die gesamte Blockchain-Historie schneller auf Nodu herunterzuladen, schlage ich vor, einen Auszug aus dem DB-Ordner herunterzuladen. Um dies zu tun, gehen Sie zu GitHub PrismCore. Wählen Sie Download. Offizieller Blockchain-Snapshot. Torrent oder Zip-Ordner. Ich wähle den Zip-Ordner. Sie können auf Ihren Desktop herunterladen. Ich werde auf Laufwerk D herunterladen, um Platz auf Laufwerk C zu sparen. Gehen Sie zu Arbeitsplatz. Drücken Sie auf Laufwerk D. Der Ordner PritzenDB wurde heruntergeladen. Klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Eigenschaften. Das Gewicht dieses Ordners beträgt 14,6 Gigabyte. Gehen Sie zum Pritzen-Repository auf GitHub. Und klicken Sie auf Java 8 für Pritzen-Core U221 Windows herunterladen. Klicken Sie auf Zip-Archiv auf Ihren Desktop. Speichern Sie. Der heruntergeladene Java-Ordner erscheint auf dem Desktop. Gehen Sie erneut zum GitHub-Repository. Und wählen Sie, ob Sie Prissen-Core unter Strichmods für alle Betriebssysteme V1.2 oder V1.32 herunterladen wollen. Ich wähle V1.32. Klicken Sie auf. Auf deinem Desktop. Speichern. Ordner Mod V1.32 erschien auf dem Desktop. Im ersten Teil dieses Videos haben wir vier völlig kostenlose Programme heruntergeladen. Erster die kostenlose Prism-Core-Software auf das Laufwerk C, um Ihr eigenes Noda auf Ihrem Computer zu installieren. Zweiter die kostenlose Blockchain-Historie bis zum 5. Januar 2023 auf das Laufwerk D, um die Synchronisation der Blockchain-Historie zu beschleunigen. Dritter kostenloses Java 8U-221, um Noda voll funktionsfähig zu machen. Vierter und ein kostenloser Mod, um in Noda alle Funktionen anzuzeigen, die Sie in Ihren Wallets schmieden. Im zweiten Teil dieses Videos fahren wir fort, die heruntergeladenen Programme auszuführen. Als erstes müssen Sie Nodu starten. Klicken Sie auf dieses Symbol. Als Administrator ausführen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Klicken Sie auf Weiter. Markieren Sie auch dieses Kästchen und klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie auf Installieren. Die Installation wird fortgesetzt. Entfernen Sie hier ein Häkchen. Klicken Sie auf Fertigstellen. Eine Pritzenverknüpfung wird auf dem Desktop angezeigt. Bevor Sie auf diese Verknüpfung klicken und Noda starten, installieren Sie das heruntergeladene Java 8U-221 auf Ihrem Computer. Rufen Sie die Systemsteuerung auf. Programme und Komponenten. Überprüfen Sie die mit Noda installierte Java-Version. Version 8 Update 162 ist installiert. Und wir brauchen U-221. Drücken Sie Deinstallieren. Wollen Sie wirklich deinstallieren? Ja. Java wird deinstalliert. Klicken Sie nun auf den Ordner Java 8U-221. Öffnen Sie ihn. Es gibt zwei Anleitungen zum Starten des Programms. Eine auf Englisch, die zweite auf Russisch. Wählen Sie diese beiden Dateien und führen Sie sie als Administrator aus. Nächste. Weiter. Laden gestartet. Weiter. Jetzt wird installiert. Klicken Sie auf Schließen. Gehen Sie zur Systemsteuerung. Programme. Stellen Sie sicher, dass Java 8U-221 installiert ist. Starten Sie den Computer neu. Nun müssen wir sicherstellen, dass Java nicht aktualisiert wird. Um dies zu tun, drücken Sie Start. Alle Anwendungen. Suchen Sie Java. Nach Updates suchen. Daten aktualisieren. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Nicht prüfen. Anwenden. Okay. Drücken Sie. Mein Computer. Geben Sie Registrew Editor in die Suchmaschine ein. Klicken Sie nach dem Herunterladen auf das Symbol Registrew Editor. Drücken Sie. Haki lokales Gerät. Drücken Sie Software. Weiter. Jeder Computer wird einen anderen Pfad haben. Schauen Sie sich diese Passagen an, um zu sehen, welcher zu Ihrem Computer passt. Ihre Aufgabe ist es, den Ordner Enable Java Update zu finden. In meinem Fall befindet sich dieser Ordner unter. Computer. Haki lokaler Rechner. Software. WoW 6432 Node. Java Soft. Java Update. Policy. Enable Java Update. Drücken Sie den Ordner Java Update aktivieren. Löschen Sie die 1. Fügen Sie eine 0 ein. Drücken Sie OK. Jetzt wird Ihr Java nicht mehr auf die neue kostenpflichtige Version aktualisiert. Der Java-Ordner auf dem Desktop kann entfernt werden. Sie können ihn auch aus dem Download-Ordner entfernen, wenn Sie ihn dort heruntergeladen haben. Starten Sie Ihren Computer neu und fahren Sie fort, Noda auszuführen. Klicken Sie auf die Pritzenverknüpfung. Wählen Sie Eigenschaften. Weiter. Suchen Sie nach Dateien. Es wird ein Ordner mit installierten Programmen angezeigt. Suchen Sie Pritzen-Config. Wählen Sie die Datei aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um Sie als Administrator auszuführen. Geben Sie in der obersten Zeile Ihre statische IP-Adresse ein. Wenn Ihre IP-Adresse dynamisch ist, können Sie die Zeile leer lassen. Hier können Sie den Namen Ihrer Noda eingeben. Ich habe Valentina SINMA 2 geschrieben. Das ist der Name meines YouTube-Kanals. Denken Sie sich ein Admin-Passwort aus und tragen Sie es in dieses Feld ein. Geben Sie hier die öffentliche Adresse Ihrer persönlichen Geldbörse ein, die Sie bereits in diesem Video erstellt haben. Wenn Sie noch keine persönliche Brieftasche erstellt haben, können Sie eine erstellen, wenn Sie Noda starten. Lassen Sie die Kontrollkästchen standardmäßig aktiviert. Klicken Sie auf die erste Zeile. Hier sind die statischen vertrauenswürdigen Adressen, die in PIRAS angezeigt werden. Auch hier fassen Sie hier nichts an. Setzen Sie hier zwei Häkchen. Auch hier ändern Sie nichts. Drücken Sie Speichern plus Start-Tretzen. Noda bereitet sich auf den Start vor. Und wir schließen alle Dateien. Eine Blockierungswarnung wird angezeigt. Wir ignorieren die Warnung und drücken auf Zugriff zulassen. Wählen Sie Ihr Land. Klicken Sie auf Ich bin ein registrierter Benutzer. Wenn Sie noch keine persönliche Online-Geldbörse erstellt haben, dann klicken Sie auf dieses Symbol. Und an seiner Stelle erscheint das Symbol mit dem Schlüssel. Klicken Sie auf diesen Schlüssel und fügen Sie hier das von Ihnen erfundene Passwort in das vorbereitete Textdokument ein. Das Passwort muss mindestens 113 bis 120 Zeichen lang sein und aus kleinen lateinischen Buchstaben mit Leerzeichen bestehen. Kopieren Sie es aus einem Textdokument. Kopieren. Fügen Sie Ihr Passwort hier ein. Drücken Sie die Eingabetaste. Noda hat mithilfe Ihres erfundenen Passworts Ihre Walletadresse und Ihren öffentlichen Schlüssel für Sie generiert. Sie klicken auf die Walletadresse. Die Details Ihrer Brieftasche werden angezeigt. Kopieren Sie den öffentlichen Schlüssel aus Ihrer Brieftasche. Fügen Sie ihn in ein Textdokument ein. Klicken Sie auf die Adresse der Brieftasche. Kopieren Sie die Adresse der Brieftasche. Fügen Sie sie in ein Textdokument ein. Duplizieren Sie sie mehrmals. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden im Knoten, um diese Brieftasche zu verlassen. Klicken Sie auf das Symbol. Geben Sie Ihr Passwort zur Überprüfung ein. Auf diese Weise können Sie in Noda so viele Wallets erstellen, wie Sie benötigen. Drücken Sie auf Anmelden. Ihre Adresse und Ihr öffentlicher Schlüssel müssen mit der Adresse und dem öffentlichen Schlüssel übereinstimmen, die Sie bereits für Ihr Passwort erhalten haben. Speichern Sie das Dokument. Machen Sie einen Screenshot des Dokuments und übertragen Sie das Dokument auf einen USB-Stick. Wenn Sie bereits eine Online-Geldbörse erstellt haben und die Adresse davon haben, dann fügen Sie Ihre Geldbörsenadresse hier ein. Klicken Sie auf Merken. Wenn Sie mehrere Geldbörsen haben, fügen Sie hier jedes Mal eine neue Adresse aus einer anderen Geldbörse ein und klicken Sie auf Speichern. Noda merkt sich standardmäßig bis zu 100 Ihrer Wallet-Adressen. Und wenn Sie Noda verlassen, können Sie hier zwischen Ihren Geldbörsen wechseln. Klicken Sie auf den Pfeil, um einzutreten. Die Blockchain wird gerade geladen. Warten Sie, bis sie vollständig geladen ist. Die Blockchain hat mit dem Laden von BorgNo begonnen. Sie wurde am 27. Juli 2018 gestartet. Die Startzeit beträgt 21 Stunden 17 Minuten 59 Sekunden. Drücken Sie auf Minimieren des Noda-Fensters und deaktivieren Sie den Ruhemodus des Computers. Um dies zu tun, klicken Sie auf das Optionsrad. Wählen Sie Energie und Akku. Wählen Sie Bildschirm und Schlafmodus. Bildschirm deaktivieren können Sie unverändert lassen. Klicken Sie auf die Option Schlafmodus nach 45 Minuten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Wählen Sie aus. Niemals ausschalten. Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie auf Schlafmodus aktivieren. Noda wird seit fast 4 Stunden heruntergeladen. Nur 22% heruntergeladen. Klicken Sie auf die Registerkarte Piers. Während des Downloads hat sich Noda automatisch mit 14 Knoten im Pritzen-Blockschein-Netzwerk verbunden. Es gibt bisher keine Münzen auf dem Guthaben, da diese Brieftasche erst kürzlich erstellt wurde und der Knoten erst 805.417 Blöcke heruntergeladen hat. Um den Download des Blockverlaufs zu beschleunigen, ersetzen wir den DB-Ordner, den wir auf das Laufwerk C hochgeladen haben. So gehen Sie vor. Klicken Sie in der Taskleiste auf das Pritzen-Symbol und klicken Sie auf Shutdown. Drücken Sie Mein Computer. Laufwerk D. Der heruntergeladene Ordner Pritzen-DB. Klicken Sie auf. Öffnen. Suchen Sie nun den DB-Ordner auf Laufwerk C. Erste Option. Arbeitsplatz Laufwerk C Benutzer Benutzername. Ich habe Lenovo. Sie haben vielleicht User. Dann AppData. Roaming. Ordner Pritzen. Ordner Pritzen-DB. Zweite Möglichkeit. Mein Computer. C-Laufwerk. Geben Sie Pritzen-DB ein. Suchen Sie nach dem Ergebnis. Wählen Sie den Ordner mit dem Pfad C Benutzer Lenovo AppData Roaming Pritzen. Klicken Sie auf. Markieren Sie alle Ordner auf dem Laufwerk C und löschen Sie sie. Der Ordner ist leer. Markieren Sie nun alle Dateien auf Laufwerk D. Ziehen Sie sie per Drag und Drop auf Laufwerk C. Und schon wird die Transaktionshistorie geladen. Das Verfahren ist langwierig, aber nützlich. Das Herunterladen von Grund auf bis Mai 2023 dauert ein paar Tage. Das Laden mit dem Ersatz-DB-Ordner dauert nur ein paar Stunden. Wenn der DB-Ordner fertig heruntergeladen ist, starten Sie Ihren Computer neu. Klicken Sie auf die Verknüpfung Prism Properties. Speicherort der Datei. Pritzen-Config. Starten Sie die Nodu. Warten Sie, bis die Blockchain-Historie vollständig synchronisiert ist. Heute, am 28. Mai, beträgt die Höhe der generierten Blöcke 2.544.982. Das Guthaben auf dieser Wallet beträgt 28.987 Münzen. Es gibt noch keinen strukturellen Saldo, da ich noch keine Wallet unter dieser Wallet aktiviert habe. Und Paramining funktioniert und generiert mehr neue Coins aus diesen Guthaben. Langsam aber zuverlässig. Trennen Sie die Verbindung zu Noda. Klicken Sie auf den Mod-Ordner, den Sie von GitGoop heruntergeladen haben. Öffnen Sie den Ordner. In dem Ordner befinden sich zwei Anleitungen zur manuellen Installation von MUT. Eine auf Englisch, die zweite auf Russisch. Wählen Sie, ob der Inhalt des Ordners automatisch ersetzt werden soll. Klicken Sie auf den Ordner UI. Wählen Sie alle Dateien und Ordner aus. Klicken Sie auf die Pritzenverknüpfung. Eigenschaften. Speicherort der Dateien. Klicken Sie auf den Ordner HTML. In diesem Ordner finden Sie den Ordner UI. Klicken Sie ihn an. Verschieben Sie alle ausgewählten Ordner und Dateien hierher. Und klicken Sie auf Replace the Files. Damit ist die Installation der Mods abgeschlossen. Nach der Installation dieser Mod wird diese Registerkarte in Ihrem Noda. Vorgekonnten. Diese Mod gibt dir die Möglichkeit, die Gesamtstatistiken aller Ihrer Vorgegeldbörsen zu sehen. Die Statistiken jeder einzelnen Brieftasche zu sehen. Die Hauptsache, nach ständigen Windows-Updates mit Neustart des Computers. Diese Mod, wenn Noda, gibt Ihnen die Möglichkeit, alle Ihre Brieftaschen zu Foraging automatisch in ein paar Sekunden durchdrücken nur einer Taste zu verbinden. Um dies zu tun, erstellen Sie ein Textdokument. Geben Sie Ihr Passwort für die Brieftasche ein und drücken Sie Enter. Geben Sie das zweite Passwort ein, drücken Sie Enter. Und erstellen Sie eine vollständige Liste aller Ihrer Wallet-Passwörter. Speichern Sie dieses Textdokument. Übertragen Sie es auf einen USB-Stick und löschen Sie es von Ihrem Computer. Nach jedem Neustart des Computers. Starten Sie Noda. Klicken Sie auf die Registerkarte Fälschungskonten. Es sind keine Fälschungskonten vorhanden. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Fälschen zu aktivieren. Es gibt eine Anfrage. Soll ich 1E-Wallet anschließen oder von einer Datei aus starten? Wir drücken von einer anderen Datei. Wählen Sie das USB-Stick-Medium aus. Öffnen. Wählen Sie den gewünschten Ordner. Öffnen. Der Vorgang zum Verbinden der Schmiede wird gestartet. Klicken Sie auf Durchsuchen. Und klicken Sie auf Forge Accounts. Und alle Pritzengeldbörsen werden in einer Sekunde automatisch mit dem Forge verbunden. Die einfache Installation von Prism Core ermöglicht es jedem, der über einen Computer und das Internet verfügt, eine Code Wallet auf seinem Computer zu installieren. Deshalb wird Prism auch die Münze des Volkes genannt. Laden Sie dieses Video auf Ihre Kanäle hoch. Teilen Sie diese Information. Geben Sie Ihren Freunden und Bekannten die Möglichkeit, sich an der Generierung von persönlichen Münzen auf ihren eigenen Wallets zu beteiligen. Erhalten Sie ein passives, dauerhaftes Einkommen in Münzen. Hinterlassen Sie Passphrasen aus Ihrer Münzgeldbörse als Vermächtnis. Wenden Sie Pritzengryptomünzen auf jedes Unternehmen als Geschenkrabatt für seine Kunden für alle Waren und Dienstleistungen. Hoffentlich war das Video-Tutorial für Sie nützlich. Setzen Sie ein Zeichen, abonnieren Sie den Kanal. Schreiben Sie einen Kommentar. Schreiben Sie ein Zeichen, abonnieren Sie ein Zeichen. Schreiben Sie ein Zeichen, wie sie hinweistet. Schreiben Sie, es funktioniert. Schreiben Sie eine Musik und schreibst. Schreiben Sie, es vragen Sie müssen. Hier steht also, wir sind jetzt auf die Mühle. Schauspieler imProgress. Er sieht sich hier noch hier. Bandoing.